Ich bin bei dem IMK 2019 mit dabei, einfach zu sehen, was es aktuell alles gibt an Geschäftsmöglichkeiten, was man alles machen kann, um sich nebenberuflich etwas aufzubauen. Und ja, deshalb bin ich hier. Mein persönliches Ziel für dieses Wochenende ist, so viel wie möglich für mich mitzunehmen und direkt umzusetzen. Und zwar baue ich mir eine eigene Social Media Agency auf mit dem Programm von Florian Sußbauer. Und ja, nächste Woche geht es in Kaltakwiese. Das Besondere finde ich, dass es so vielfältig ist. Also von Leuten, die sich ein Amazon-Business aufbauen, bis Agentur oder mit Coaching-Programmen ist ja jeder vertreten. Und ja, die Vielfältigkeit macht es für mich aus, muss ich sagen. Danke. 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 Danke.